Im Berenthaler Zoster-Mundigen montieren wir das Glutz i-Access-System. Wir verbauen rund 150 elektronische Beschläge, 150 elektronische Zylinder, 50 Gateways und Retriebeater, die uns die ganze Kommunikation sicherstellen, plus zusätzlich rund 320 mechanische Zylinder. Das alles verteilen wir auf die 31 Stockwerke, die das Projekt umfasst. Wir verwenden das Glutz i-Access-System für kleine und mittlere Unternehmen, für größe Objekte, weil es eine sehr gute Lösung ist, funkbasierend, die Verbreitung der Informationen über ein Intense Funk-Netzwerk funktioniert. Das Ganze ist softwarebasierend, wir können es auf eine einfache Art und Weise programmieren, die Informationen von einem Batch, von einem Beschlag einfach übertragen und anschliessend auch Auswertungen machen, was funktioniert. Wenn wir irgendwo eine Störung haben, sehen wir, ob die Beschläge verbunden sind mit entsprechendem Fernzugriff, die für uns, wie auch für den Kunden, bequem die Möglichkeit bieten, von überall her, sein Haus zu prüfen, den Zustand von seiner Schliessanlage zu sehen, eben falls Berechtigungen flexibel verwalten kann, egal wo er sich im Moment befindet. Die vielseitige Einsatzmöglichkeit lässt fast keine Wünsche offen. Wir haben vom E-Beschlag bis hin zu einem elektronischen Zylinder, Laser, den wir an der Wand montieren können, ebenfalls für die Sarge einbauten, haben wir alle Möglichkeiten offen, dass wir das Produkt sehr vielseitig dürfen und einsetzen können. Ebenfalls bieten wir natürlich den ganzen Service, Batteriewechsel, jährliche Services, Funktionskontrollen, dass der Kunde auch langfristig Freude an der schönen Anlage haben wird. hat ein Ab frequenten Brem Tag wed im Bauch Stil oder Harf pasando wird. Achtung. Wie rolled es vor sich это aus, wie geht um unten, über den Bremagen zu beruf und jährlich sein und irgendwie das freiwilligstechn��d trainers von dieser Pfizer- decis楚 Flighthar장이 beginnt. Jetzt zurück das Gauchert ist ja sein wie Sauerkampeln, Vielen Dank.